Marvin Duxch hat gerade ein Mega-Angebot für einen möglichen Transfer erhalten. Wird er Werder Bremen nun verlassen? Schauen wir uns das jetzt an, hinterlassen Sie aber zunächst Ihr Gefällt mir für dieses Video und abonnieren Sie den Kanal. Als Abonnent erhältst du alle Videos vor allen anderen und motiviert uns, weitere Werder Bremen-Videos zu produzieren. Noch ist unklar, wo die sportliche Zukunft von Marvin Duxch liegt. Doch laut Sky soll der saudi-arabische Klub Alveda FC ein Auge auf den Stürmer des SV Werder Bremen geworfen haben, der bei Weser noch einen Vertrag bis Sommer 2024 hat. Sie hätten Duxch ein Mega-Angebot gemacht. Erst vor wenigen Tagen, am 15. Juni, lief eine Klausel im aktuellen Arbeitsverhältnis von Marvin Duxch aus, wonach der Stürmer den Verein für eine feste Ablösesumme von 7,5 Millionen Euro hätte verlassen können. Aber was sie bieten, übertrifft diesen Wert immer noch. Dem Bericht zufolge liegt ein Angebot von 12 Millionen Euro vor. Trotz aller finanziellen Versuchungen hat Duxch jedoch bereits den Kader der Saudi-Pro-League abgelehnt. Ob Duxch dauerhaft bei Werder Bremen bleibt, ist ungewiss, obwohl er laut Sky am liebsten in der Bundesliga bleiben würde, um die Chancen auf eine mögliche Ehrenteilnahme am Leben zu halten. Da der Vertrag zum Ende der nächsten Saison ausläuft, würden sich die Bremer Verantwortlichen über eine Vertragsverlängerung mit Marvin Duxch sehr freuen. Ein entsprechendes Angebot liegt bereits vor und die Verhandlungen laufen. Der derzeit prominenteste Profi in der Saudi-Pro-League ist zweifellos der Weltstar Cristiano Ronaldo. Seit seiner Unterzeichnung bei Al Nasser Anfang Januar hat der Portugiese rund 200 Millionen Euro pro Jahr verdient und soll insgesamt zweieinhalb Jahre am persischen Golf bleiben. Bald trifft er in der Meisterschaft erneut auf Karim Benzema. Der Teamkollege von Real Madrid wird künftig für Al-Itihad spielen. Der 35-Jährige wird in den nächsten drei Jahren unglaubliche 600 Millionen Euro einstreichen. Und du Fan von Werder Bremen? Wirst du Marvin Duxch vermissen? Teilen sie es uns in den Kommentaren mit, ihre Meinung ist uns sehr wichtig. Und vergessen Sie nicht, dieses Video zu liken. Zum nächsten